Und dann ein Wahnsinniger, mit dem wir jetzt umgehen müssen. Wir haben gerade, während Sie gesprochen haben, auch Bilder von einem Einschlag in einem Kraftwerk in Luchansk gesehen. Da sind Feuerbälle zu sehen, dramatische Bilder dort. Überall aus dem ganzen Land sehen wir Explosionen. Es ist ein... Und hören das hier auch. Sie sehen es und hören es auch, Herr Bruck. Auch die Forderung von Putin. Ich will sehen, während Sie sprechen, sehen wir Bilder von russischen Fallschirmspringer, die in der Nähe von Kharkov landen. Es sind hunderte, tausende. Es sieht aus wie ein Heuschreckenschwarm, der da am Himmel ist, von oben herabkommt. Das ist wirklich absolut unglaublich. Bilder wie diese. Also russische Fallschirmspringer, die einmarschieren, die landen dort in der Ukraine. Ja, es ist nicht anders, als einen Krieg zu bezeichnen. For fuck's sake, can't we just tell the truth? You tell it to me and I'll tell it to you.